und damit herzlich willkommen im dschungel von rising storm 2 vietnam ich weiß zwar ganz genau worum es geht aber trotzdem meinte die nase ich soll die augen zu machen und ich werde angetippt das heißt ich mache die augen auf und wir sind ein local guerrilla in der zuteilung mit einer p38 oder wir können dann auch den revolver nehmen aber p38 auf jeden fall schon mal besser wir haben zur auswahl ein m 44 karbon da habe ich ja gesagt es gibt keinen großen grund den zu nehmen wenn man ein m2 karbon hätte oder cool nice oder ein karabin 98 kurz den guten adelbert den nehme ich dann einfach nur weil er cool ist ich weiß zwar m2 karbon wäre besser aber dann nehmen wir den adelbert und dann sind wir schön deutsch ausgerüstet hier als wird kommt wahrscheinlich und hier sehen wir das gute stück den guten alten standard karabiner der wehrmacht und zwar den k 98 k und zwar ganz wichtig nicht 98 98 wäre ein polnischer karabiner und dann gehen wir mal hier auf a los okay habe ich dann auch kameraden ja da bewegt sich was okay ich glaube die karte kenne ich das ist glaube ich das mildkorn geld ja da sind sie schon aber es war mein lieblings armen das typische visier können wir auch auf 1,2 kilometer einstellen teamverletzung sorry du hast keinen namen drüber soll die machen hier schön purple haze und ich bin leer geschossen und es klickt und das würde in der realität so nicht passieren wir laden nach mit ladestreifen jawollo und zwar wenn der karabiner 98 kurz leer ist kann man ihn nicht wieder zu repetieren weil er eine sogenannte kammer sperre hat das bedeutet der zubringer geht dann die verschlussbahn und sperrt dort die kammer so weit der karabiner 98 kurz leer ist kann man die kammer einfach nicht wieder zumachen und man weiß dass das ganze leer ist ist einer bösen amerikaner da hinten ist einer hergeruscht aber ich würde gern in den graben rein ah verdammt jack war schneller so dann kurze nachfrage dann bin ich jetzt wahrscheinlich wird kong und vorher war ich wahrscheinlich nva oder so möchte ich noch eine runde adelbert spielen ich glaube ich habe auch noch eine runde adelbert zu spielen richtig cool der wird kong hat auch damals von der sowjetunion relativ viele deutsche waffen bekommen unter anderem auch mg 42 und stg 44 stg 44 wäre natürlich super cool ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube die waffen die man hier hat sind auch aus red orchestra gerippt wahrscheinlich ich glaube da gab es ganz früher auch so eine mod wo man noch ein paar waffen aus rising storm 1 hatte also so was wie wie hatte ja thompson thompson hat man auch so also so ein paar japanische waffen und zwar in durch china war ja für kurze zeit von den japanern besetzt und deswegen hatten die vietnamesen auch zugang zu einigen übrig gebliebenen japanischen waffen sowas wie arisaka typ 38 und sowas nambu typ 14 pistole reise ich habe kein aim ich glaube da müsste ich ihn getroffen haben ja ich habe simon getroffen aber simon hat mich auch getroffen was passiert wenn ich nachlade wenn ich nicht ganz leer geschossen bin ja dann lade ich mit einzelnen patronen nach super unpraktisch das teil warum sind die amerikaner so komisch aus schnell unterschutz die paar bretter werden mich retten die amerikaner sehen auffällig asiatisch aus soll das so ich glaube ich nehme mal ein m16 mit so cool wie der adalbert ist so unpraktisch ist so sagen wir einfach mal weiter voran rest der waffen guck ich mir gleich an die performance ist ein bisschen schlecht auf der karte ich hoffe ihr seht das nicht so stark aber es sieht immer noch unglaublich cool aus das spiel wie ich finde so doch wohin mit dir auch cool die sehen auch ein bisschen cooler aus die ganzen skins und so weiter ich glaube an den skins haben die auch ein bisschen was gemacht das gute alte m16 a1 mit dem schlechten wc pulver mit der hohen folgeschwindigkeit haben die daran mal was gemacht oh nase nickt da freue ich mich doch ganz besonders drauf das ist cool dass die bots wissen ja mit rauchen geht was hat er ich glaube das einfach nur ein m14 wer ist ein m2k bein wo soll denn finden ouch da bin ich weggetomsen worden so jetzt bin ich mal gespannt auf den rest so rollenwechsel wir hatten hier bereits alles durchgeguckt hier gibt es keine version von genau hier kann ich andere magazine benutzen hier habe ich nur ein revolver scout stockless thompson ok guck mal weiter durch aber die kennen wir schon die k 50 mp das ist eine umgebaute ppsh zum schiebeschaft wir haben uns schon mal in einem eigenen video sogar angeguckt dann haben wir jetzt thompson und dann haben wir stockless thompson stimmt die vietnamesen haben irgendwann thompson maschinenpistolen nachgebaut für ich glaube aber auch für eine andere patrone ich glaube für 9 mm oder so ich glaube ich nehme die einfach mal jetzt haben wir die thompson genau und kim und korn benutzt man hier nicht wenn man das ganze hier ohne schulterstützen hat natürlich kann man auch wenn man keine schulterstütze hat immer noch kim und korn benutzen aber das wird hier im spiel nicht gemacht im spiel hat man dann den vorteil dass man dann halt sehr viel schneller anzielt ich weiß nicht wie praktisch das ist nur stockless thompson zwar natürlich eine richtig hohe anzielgeschwindigkeit aber wenn nicht richtig angezielt wird bringt das auch nicht so viel was das bringt es halt immer relativ gut im banken umgebungen so der hat eine revolver der hat eine thompson dann mit stock kann man ja sofort vergleichen das hat eine thompson mit stock da kann man richtig anziehen das dauert dann aber halt auch länger ist das ein gegner warum hat denn so ein weiches hemd an genau deiner meinung kamerad wissen die mr white shirt abgeblieben da gehen wir mal einfach weiter nach c und hoffen dass er drauf ja die stockless thompson war jetzt nicht so wirklich der bringer was ich mir eher gewünscht hätte wären warum steht der weiße feuer wäre eine karl gustav oder so eine karl gustav natürlich bisschen mehr arbeit gewesen dazu muss man sagen so stockless thompson einzuführen die gab es ja und das war wahrscheinlich vom modding technischen her relativ wenig arbeit thompson m 1928 natürlich auch premium gewesen sagt das nase hier gerade aber ich glaube es ist nicht belegt dass die in vietnam wirklich eingesetzt wurden und da hat mich schon wieder simon mit einer granate erwischt so gucken was den rest an hier war nichts maschinengunner hier habe ich gerade was dpm jetzt kann man wechseln zwischen dp 27 und dpm dpm ist die verbesserte vor aber das dpm sieht anders aus dass dpm hat ein pistolengriff und dann hinten hier so eine röhre dran da wurde ja die schließfeder und verlegt weiß ich nicht ob ich mir das angucken muss dann haben wir hier dann das scharfschüssengewehr das kennen wir bereits auch hier ist auch nichts besonderes trapper hier haben wir so ok eins nach dem anderen met kenner pps haben wir gesehen das haben wir auch gesehen das ist jetzt eine mp 40 mp und ich soll diese bar nehmen sagt das nasentier warum ist dann auf einmal beim treppern der bar also dann hat man doch mal dann haben die doch viel mehr feuerkraft also sagt ich soll das mal abwarten ja dann warte ich mal ab ich glaube zwei ist ein bisschen näher dran dann nehmen wir hier die die sieht ein bisschen komisch aus was ist denn damit passiert ein bisschen hahn merke ich aus das trommelt feuer ist wo wir haben es fast geschafft ach ja 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 moment 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 sollten die zuschauer müssen ja auch mitkommen das ist diese bastelbar das ist was ganz komisches das ist eine bar als kammerstängel repetiere die schrot munition verschießt das haben die wirklich gemacht einige kaputte bars wurden vom vietcong umgebaut zu kammerstängel repetieren für schrot munition einfach weiterspielen ok einfach weiterspielen besonders weil ich jetzt hier gerade das nächste leckerchen sehe so wir sind jetzt auf der anderen seite und das erste was ich sehe xm 16e1 das heißt das hier ist die vorversion vom m16 a1 und zwar noch hier mit dem gezahnten mündungsfeuer dämpfer wo die soldaten gerne mal dosen mit aufgemacht haben der offizielle grund warum das geändert wurde dann später in den birdcage flash hider ist dass man damit relativ oft im gebüsch hängen geblieben ist so ich frage mich jetzt natürlich ob das ding jetzt eine andere feuergeschwindigkeit hat und welches pulver da drin ist habe ich ja schon oft genug erzählt dass m16 war ja ursprünglich mal dazu gedacht so 650 bis 700 schuss die minute abzugeben aber ich glaube wir müssen verteidigen und dadurch dass halt das schießpulver in den patronen geändert wurde hat sich halt die feuergeschwindigkeit auf diese 1000 schuss erhöht und diese 1000 schuss wurden dann später auf 900 schuss runter geregelt in dem damals das m16 a1 eine andere schließeinrichtung bekommen hat ok da kommen die schon so eigentlich müsste ich jetzt hier theoretisch für die zeit irgendwie so 1000 schuss die minute in dem ding haben oder so so dass john das war schon der erste drauf gegangen sind die denn ich sehe nichts hier rillias im nebel mache ich am besten mal einen flankenangriff so was steht das ding denn stand gar nicht auf flamingo muss natürlich auf flamingo stehen da sehe ich was fein aufgeklärt ok ist schon ordentlich hoch ist aber glaube ich nicht 1000 das fühlt sich an wie 950 schuss die minute 850 schuss die minute würde ich sagen hätten wir so auf jeden fall ordentlich schnell und ich glaube deutlich schneller als das m16 a1 was man sonst hat ist auch richtig cool dass dabei ist und war wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel arbeit für die modder hier denn es ist ja quasi die gleiche waffe weggesägt ich glaube ich habe sowieso aber nur 20 schussmagazine ja nach wie vor 120 schussmagazine 30 schussmagazine waren in vietnam sehr sehr selten ok die habe ich schon unter feuer da ist charlie macht aber spaß damit zu spielen ist natürlich die reinste munitionsverschwendung und im angriff kann das wahrscheinlich auch nicht so wirklich gut gebrauchen wenn man keinen munitionsnachschub hat aber macht auf jeden fall spaß und da ist das dpm da ist das dpm da sieht das genau lass mich dpm erklären da ist das dpm das dpm hat dann pistolengriff bekommen und hat halt diesen diesen kolben hinten raus also nicht den kolben den man sich in die schulter drückt sondern den kolben wo dann die neue schließfeder drin ist so jetzt gucke ich mir den rest an ja genau hier kann ich dann auswählen xm16e1 also die vorversion und dann die verbesserte version m16a1 den auch offiziell eingeführt wurde die können wir auch mal kurz spielen ja ich habe noch zeit sehe ich gerade sehr gut guck mal wie schnell die ist ja die ist ein bisschen langsamer wäre es natürlich richtig nice gewesen wenn man sich dazu auch noch das pulver aussuchen konnte aber das konnten die richtigen soldaten in vietnam ja auch nicht glaube nur also ich bin relativ sicher nur einige spezialeinheiten haben dann noch das emr pulver bekommen also das pulver wo dann wirklich die m16 für optimiert war dass sie dann ein bisschen langsamer folgeschwindigkeit hat also die ursprünglich angedachte folgeschwindigkeit so ihm ist leider nicht mehr zu helfen das jack hab ich denn erwischt oder ist einfach in entdeckung gegangen ja und ich habe ja natürlich auch den geschlossenen mündungsfeuer dämpfer da sind sie oder zwei erledigt ne da liegt die bar und bei meinem glück ist das wahrscheinlich diese komische schrotflinten bar wohl die kann ich mir dann auch noch mal angucken das ist die schrotflinten bar ne das scheint die richtige bar zu sein die erkennt man ja sofort das ist ein sgs karabiner so warum sieht er eigentlich so komisch aus glaube ich stimmt aber es nicht okay na sind hier sagt soll mich da gar nicht weiter fragen sondern soll gleich mal team wechseln ach ich bin koreaner ok das erklärt einiges republik auf korea aber republik auf korea hatte damals keine sonderlich groß anderen waffen als die amerikaner da habe ich ja gerade gesehen ist aber trotzdem cool dass sie dabei sind ich habe mir gerade gedacht warum sehen die denn so komisch asiatisch aus aber bei koreanern ist das ja klar die sehen aus wie bei squid game da müssen wir es aber das war auch eine witzige geschichte ich war mit meiner familie letztens quasi chinesisch essen und meinte mein schwager grüße gehen übrigens raus an der stelle wörtlich ich glaube nicht dass das richtige chinesen sind die sehen ja aus wie die leute bei squid game ich muss so lachen war sogar so wir haben hier einmal gerannt aber einmal gerannt kennen wir ja auch schon das ist ja auch nichts neues dann haben wir hier m2k aber auch wieder mit 20 mit 15 oder 30 schussmagazin machine gunner haben wir hier jetzt auch nichts neues mzmg was soll das denn sein ist wahrscheinlich auch eine komische übersetzung das ist ja sowieso denglisch hier munition grand also deshalb typisch für so mods haben wir hier noch einmal gerannt scharfschützengewehr was ist das denn smith der smith and wessen bodyguard revolver das ist so ein ulkiger revolver wo der hahn halt im gehäuse liegt das ist auch was ulkiges also jetzt haben wir hier den m1 geraten mit dem seitlich angewachten zielfernrohr kennen wir bereits ja dann haben wir hier den smith and wessen bodyguard revolver der ist auch ulkig kann ich den vorspann auf x ja nee ich mache hier irgendwas auf x aber ich weiß nicht was der berührt einfach nur kurz den hahn so aus sicherheitsgründen damit man mit dem revolver wenn man den schnell zieht nicht mit dem hahn irgend in der kleidung hängen bleibt was mit anderen revolvern schon mal schnell passiert ist hat man hier den hahn sozusagen ins gehäuse versenkt aber nicht so dass er komplett weg ist man kann ihn immer noch bedienen ist glaube ich was ganz ganz schwaches ich glaube dass es sogar dieses meme kaliber 38er special wie in jagged alliance in jagged alliance war ja 38er special ist der schall gedämpft hat er noch kein geräusch er hat noch kein geräusch so nachladen es ist ein bisschen lang für 38er special dass das ist ja von der ok meine hand ist weg houdini ach meine hand ist wieder da macht auch kaum schaden also bei jagged alliance gab es halt ein revolver das war der 38er special der hatte also der verwendete patronen ja 38er special das war die einzige waffe die diese munition verwendet hat das war der schlechteste revolver im ganzen spiel es gab halt eine munition die halt wirklich nur von diesem revolver benutzt wurde ich glaube ich habe sogar getroffen aber auf die entfernung mit 38er special macht das nicht viel obwohl ich glaube 38er special ist in der realität gar nicht so kacke das ist glaube ich in den leistungsdaten knapp über 9 x 19 mm parabellum er ist ja richtig schlecht aber so witzig dass er dabei ist aber ich glaube die mühe das ding zu modden hätte ich wahrscheinlich eine andere waffe gesteckt ich guck mal dpm wieder so das wollte ich auch noch mal benutzen ja es sieht jetzt hier von vorne also sieht vorne natürlich komplett gleich aus zum dp 27 geld zwei beine ist drauf nachladen ja ok die hand ist ein bisschen verrutscht und hier sieht man das ein bisschen hier sieht man ein bisschen so den kolben wo die feder drin ist aber sehr viel mehr sieht man nicht und eigentlich müsste sich das im spiel auch gar nicht groß unterscheiden denn im spiel gibt es ja keine ladehemmungen und der vorteil vom dpm müsste eigentlich nur sein dass er sich dass es sich bei dauer vorher ein bisschen besser unter kontrolle halten lässt wegen des pistolen griffes und dass es halt weniger ladehemmungen hat weil es halt zuverlässiger ist flamethrower flamethrower ist halt eine alte geschichte so grenadier haben wir hier etwas neues m1 gerannt hier granatwehr von m2 carbine hier auch nicht viel anti tag m18 recoilless rifle wenn man gerade denkt es gibt nichts mehr das ist ja witzig nehmen wir mal hier ein 1 gerannt mit das ist cool das ist was das ist ein rückstoß freies geschütz das ist eine ganz richtige geschichte normalerweise ist das auch keine handfeuerwaffe sondern eigentlich auch was was man eher so auf jeeps montiert oder so aber es gab auch eine version die konnte man von der schulter aus abfeuern das ist was ganz urges nehme ich das mal das ist auch glaube ich richtig riesig okay was können er sich hier ich glaube er gönnt sich ihren textur fehler okay das dpm scheint relativ beliebt zu sein und was hat er hat so eine schlangen lederweste oder sowas an diese steppweste ok auf einmal wird meine mausgeschwindigkeit ganz langsam und das ganze hat auch nicht die höchst aufgelöste textur kann ich irgendwie was ändern kann ich durch das zivisier gucken was da oben drauf ist so nachladen ja das hat auch so ganz komische hülsen so hülsen mit so löchern drin weil das ganze ding ist deswegen halt rückstoß frei weil nach vorne wird hat das projektil ausgeworfen und nach hinten halt relativ viel pulver gas und ich weiß nicht womit ziehe ich ja das war ein bisschen zu weit rechts also nach vorne kommt halt eine masse raus also das projektil nach hinten kommt relativ viel gas raus und deswegen hebt sich das gegenseitig auf dadurch ist das ding rückstoß frei das hat sich als handfeuerwaffe aber nicht bewährt wirklich und das scheint ja noch nicht ganz fertig programmiert zu sein und ich sehe auch gerade das war schon ein bisschen über die zeit sind über diese 20 minuten ich angepeilt habe dann habe ich ja diesmal zwei fraktionen in 20 minuten verpasst das heißt meine leistung ist durchaus steigerbar ja dann würde ich sagen vielen dank fürs zu sehen dann könnt ihr jetzt hier meinen kanal abonnieren denn die nase sagt es gibt noch ein paar mehr sachen was mich auf jeden fall riesig freut denn rising sound 2 vietnam war immer eins meiner lieblingsspiele und ich fand es auch relativ schade dass es mehr spieler nicht so ganz oft gespielt wird und dass die entwickler sich dann auch irgendwann entschieden haben lieber dieses green man army da weiter zu entwickeln anstatt dieses spiel weiter zu entwickeln aber dann würde ich sagen vielen dank fürs zu sehen dann wenn ihr die nächsten folgen nicht verpassen wollt könnt ihr jetzt hier meinen kanal abonnieren dann könnt ihr jetzt hier eins von meinen videos gucken dann unterstütze ich gerade hier einen anderen kanal auf youtube falls ihr das sein wollt könnt ihr mir übrigens in die kommentare schreiben wenn ich dann die sachen auf eurem kanal okay finde und das nicht irgendwie verwerflich findet das zu promoten kann ich euch auch gern promoten letztens hatte noch mal jemand gefragt ganz nett dann könnte hier noch ein video von diesem kanal gucken den ich dann in zukunft unterstütze und auch mal vielen dank fürs zu sehen und bis zur nächsten folge und bis zur nächsten folge